Willkommen zurück zu Tales of Xylia 2. Wir müssen als nächstes zu Spirius AG. Wir könnten eigentlich auch Figurenereignisse machen, aber ich glaube beim letzten Mal habe ich aber gesagt, dass wir uns doch zuerst um die Hauptgeschichte kümmern werden. Dann gehen wir zu Spirius AG und schauen, was diese Herrschaften hier von uns wollen. So, der Stern ist hier vorne. Ja, wir setzen die Hauptgeschichte fort. Kapitel 14. Mission erfüllt. Willkommen zurück. Halt eure Hörer. Nur die autorisierte Personale passen an diesem Punkt. Ich kann auch allein gehen, oder? Kommt ihr mit mir? Wir machen natürlich, kommt ihr mit mir. Ganz klar. Genau. Natürlich. Wir kamen hier nur um zu sitzen in der Lobby. Sehr gut. Wenn das Vise-Präsident Kresnik'in Entscheidung ist, werde ich bei ihm sein. Huh? Luger wurde Vise-Präsident von Spirius? Correct. Seine Prüfung ist sofort effektiviert. Ihr könnt ihr die CEO-Präsident, wie ihr seht, bis er zurückkommt. Von der Lobby, der Vise-Präsident aus der Lobby, kommen wir zu etwas. Das ist doch auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Wir gehen ins Büro und warten, bis Bisley-Barcourt wiederkommt. Die CEO-Präsident von Spirius hat euch eine Botschaft geöffnet. Luger. Wenn du das anschaut, weiß ich, dass ich in der Lande Kanan gehe und ein Ende für Origin-Trial habe. Das wird interessant sein. Aber nicht bevor ich euch die ganze Geschichte erzähle. Ihr wisst, es war alles ein Spiel. Die Fractured Dimensionen, Kanan, alles. Ein ganzes Spiel. Kreativ durch die Primordial Spirits. Kronos, Maxwell, und Origin. Das stimmt. Und sie haben es schon seit der Menschheit herausfordert Spirius zwei millenniaen. Die drei Spirits verabschieden, ob die Menschen wirklich kontrollieren können oder nicht. So they devised an experiment to reveal mankind's true nature. They wanted to see for themselves if human beings were capable of resisting the temptation of ultimate power. This was before the Schism, you see. Back in the old days, when Maxwell still trusted humans. So the Chromatis was a test. Kronos granted the Chromatis to the Kresnik family as a means to measure how well humans can suppress their base desires. If someone reaches the great spirit origin before a million divergence catalysts appear, mankind passes the test. If no one does, then mankind fails and the spirits leave. That was their pact. But here's the catch. The game was rigged right from the very start. As was passed down, Origin will grant the wish of the first human who comes before him. No human could resist such a prize. It fostered greed amongst the people. As a result, the Kresniks were constantly at war over it. Thanks to all of their bickering, catalysts and fractured dimensions have multiplied like rats. A vast number of people across all the dimensions transformed into catalysts. And as a result, were destroyed. It's likely now that their number is approaching one million. The Spirious Corporation was established to put the brakes on this whole disaster. I haven't forgotten the reward I promised. You no longer have to worry about that pesky loan. Now, just leave the rest to me. I will create the world that your generation deserves. Hey, Luger! You're not gonna believe what just happened! The bank president stopped by just now, and guess what? He said that I don't need to bug you about your loan anymore! What? How'd you manage to pull that off? Wait, you're not blackmailing anybody, are you? You verified the reward. Bekor left for the land of Kanan, correct? Yes. He promised to tell us how to get inside. I wasn't informed. Alright, if that's how you want to play it, then let me ask you this. How does he plan to make it past Kronos? The Chromatis came from Kronos. Bekor wouldn't be able to use it against him. I don't know. What happened to L? Excuse me, I'm running late for a meeting. You know, I'll bet you that the CEO is planning to use L to kill Kronos. Director Rideau! I believe our guest's business has concluded here. We're not finished here! Okay, so mit haben wir einiges an Hintergrundinfos bekommen zur Hauptstory. Ähm, was ist unsere Aufgabe? Mach einen Rundgang durch die Firma. Ja, natürlich. Was anderes hätte ich ja sonst nicht getan. Ähm, also eigentlich würde ich mich gerne auf den Weg machen, auch Richtung, äh, Kanan. Aber ich hab ja natürlich keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Oh, Kamera. Okay. Gehen wir mal hier rein, wenn wir können. Das müsste nämlich unser Büro sein. Das müsste nämlich unser Büro sein. Das sieht ja sehr einfach aus. Was haben wir hier? Das können wir wegwerfen. Da ist noch ne Kiste. Geschäftsoutfit, Ludger. Schicke Frisur auch noch für ihn. Okay. Mehr haben wir nicht. Gehen wir raus. Und gehen nach unten. Wir müssen ja fahren mit dem Aufzug nach unten. Irgendwo müssen wir... Ah, hier. Drittes OG ist unser Ziel. Oder E30. Entschuldigung für meine schuldigen Kommentare. Wie kann ich den neuen Vizepräsidentin helfen? Entschuldigung, aber ich bin mir sicher, dass das ein Top-Secret ist. L war die wirkliche Key von Kresnik. Origin's power flows through the Key. One only comes along every few generations, and the Key is the trump card in the trial. As you can imagine, he or she is always at the center of Kresnik's family feuds. The most recent Key was the CEO's wife, till she was killed. Not that you have any relation to that one. Parkour's Frau war der Schlüssel von Kresnik? Oder was meint ihr damit? Äh, wir machen mal, was meint ihr damit? Vielleicht war's unsere Mutter anscheinend sogar. Das heißt, was ich gesagt habe. Das heißt, was ich gesagt habe. Das heißt, was ich gesagt habe. Nicht erzählen mir, du bist ignorant von deinem eigenen Geschichte. Du bist ein Vizepräsidentin. Du bist ein Vizepräsidentin. Aber Pferde. The only way to reach origin, is to defeat Kronos. And the only thing that will defeat Kronos, is the power of the void. Which is wielded by the Key of Kresnik. Of course, the power needed to beat Kronos would immediately transform the key into a divergence catalyst. Und das ist der RUB. Oh bitte, nicht so stark und stark. Du hast überhaupt keine Qualm zu nutzen, um die Mädchen zu nutzen, willy-nilly. Luger? Verdammt! Ah, du hast gehört mehr Details von Radeau. Nein, er sollte nur dich umgehalten halten. Ich bin sorry, dass du dich trinken, aber bitte, verstehe. Diese Sacrifice ist notwendig, um eine Welt nur für Menschen zu machen. Unsere Familie ist kein Übriger zu Sacrifice. Wir haben viele über die Jahre gemacht. Aber wissen Sie, dass dies, wird das letzte Mal sein. Wenn ich die Angelegenung, die Angelegenung, ich will wünschen, für alle Spiriten zu verabschiedern, ihre Wille. Sie werden die Angelegenungen der Menschheit verabschieden Worte. Aber keine Angst, ihre erste Aufgabe wird, zu eliminieren, alle Dimensionen verabschieden. Luger? Es bin ich. Luger? Ich werde das alles fixieren, damit du nicht mehr schrecklich machen musst. Ich benutze mein Wille, um sicherzustellen, dass niemand noch nie wieder zu verabschieden wird. Herr Bacor sagt, nur ich habe das Macht, so nicht nach uns. Okay? Ich bin gut, wirklich. Ich weiß, dass ich unsere Worte verabschieden habe. Also, ich bin sorry. Forgive mich. L! Ich bin sorry. Die GHS, die Sie versuchen zu erreichen, ist aktuell nicht disponibel. Bitte versuchen Sie wieder. Nein! Nichts zu tun, aber Dinge zu dem CEO, ich glaube. Wenn wir in die Angelegenung gehen, wird er uns einfach nutzen, wie er Al benutzt wird. Halt! Also, Al scheint zu wissen, was euch dazukommt, aber wahrscheinlich nicht ganz zu 100%. Mache einen Rundgang durch die Firma. Was gibt es denn als nächstes zu tun? Hm. Erstmal... Nichts. Okay. Dann gehen wir erst noch in diesen Raum rein, hier vorne. Erstmal nichts Interessantes hier für uns. Erstmal die Katzen wieder losschicken. Erstmal die Katzen wieder losschicken. So, wo wollen wir hin? Also, nach oben anscheinend nicht. Hm, hm, hm. Ich bin gerade am überlegen. Wir gehen mal eins tiefer. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Da ist eine Katze. Okay, sonst nichts. War hier noch ein Raum? Nein, war hier nicht. Dann gehen wir noch eins tiefer. Hm, okay. Ach, hier ist die Tür. Wo auch hier nichts nennenswertes. Dann gehen wir mal nach ganz unten und versuchen mal, die Firma zu verlassen. Mal schauen, ob das möglich ist. Mal schauen, oh, jetzt drei. Mal sagen, es ist die Tür. Mal schauen, es ist die Tür. Dann gehen wir mal nach unten. Vielen Dank.